Ah, Gott. Okay. Seelenreisender. Okay. Gehen wir jetzt erstmal hier hin, hin. So. Siege ein Feind mit einem Konto abblocken bei unter 20% Gesundheit. Das versuche ich jetzt gleich. Und was ist das? Siege 10 oder mehr Feinde mit einem einzig gut gezielten Schuss. Können wir noch ein bisschen leveln? Machen wir das hier. Was haben wir denn hier? Abprallviecher. Patronenprallen beim Kontakt ab. In jeder Patronenhülse lebende Parasiten verursachen beim Auftreffen ein Abprallen. Patronen verfolgen Feinde. In jeder Patronenhülse lebende gefräßige Kreaturen sorgen für die automatische Verfolgung von Zielen. Das hört sich besser an. You don't want to know what he did in that thing. But believe me, it works. Murkser-Kerbung. Plus 50% Angriffsgeschwindigkeit. Ein besonders leichter Übergang zwischen Klinge und Griff, mit dessen Hilfe die Murkser ihre Beweglichkeit verbesserten. Urra-Kerbung. Plus 50% Schaden bei Kraftschusswürfen. Ähm. Eine traditionelle Klinge... Ein traditioneller Klingenübergang, den die Urrajäger zur Verbesserung der Wurfgenauigkeit einsetzen. Now that's what I call a knife. Ähm. Mal das hier. Schneller bewegen während des Angriffs. Ein verbessertes Brennelement bietet die Vorzüge des Vorgängermodells auf kleinerem Raum für bessere Handlung. Ähm. Industrielles Brennelement. Stark erhöhte Angriffsreichweite kann nicht in Bewegung feuern. Ein riesiges Brennelement, das zu schwer ist, um in Bewegung benutzt zu werden, aber erhebliche Vorteile bei der Reichweite liefert. So. Mal hier ein Level. Weiter. Ähm. Weiter machen wir eine Niederlage. 100% kritische Trefferchance. Achso, das war das. Ähm. Schaden beim Konter mit dem Stierkopfschild. Das passt doch zu unserer Aufgabe. So, dann haben wir hier unten bestimmt noch was. Ne, können wir nix mehr kaufen. Das ist schön. Aber wir müssen den Götzen auch ausschalten. Den brauche ich nämlich nicht. Kann man schön da in seinem Schrein bleiben. So. Dann können wir jetzt... Letztes Splitter. Oh. Was ist das denn? Tarsal... Wat? Tarsalschächte. Sulfgeortet. Er wartet in den Überresten des ausufernden unterirdischen Ura-Gebiets. Das ist zu groß. Wir nehmen erstmal das Übungsgelände. Die Wissenschaftsgilde der Stadt führte an diesem Ort Experimente mit geheimen Erfindungen durch. Okay, was müssen wir jetzt hier tun? Was muss denn wir tun? Einfach... Da bleiben wir Windbeutel. Das ist eine mega beschissene Aufgabe, ey. Damit werde ich noch mal Spaß haben. Boah, ey. Ich muss unbedingt was an dieser Waffe ändern. Die ist mega scheiße, ey. Ach. Hm. Nee. Falsch. Ach Gott, ey. Ich hab da erst... Oh, nö, ey. Dann machen wir das. Dann wechseln wir das. Mehr kann ich nicht tun. Ruckel, 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 ruckel. Ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn wir das jetzt gleich da so fertig machen, ne? Also, ich möchte schon mal... Bei eins. Was passiert dann? Dann geh dann noch mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. Geht doch. Oh, wo ist der denn jetzt hin? Oh, das Ruhmgebeamung geht mir tierisch aufs Ei. Zieh dich. Hat nur kaputt. Leck mich, alle, ihr Pisser. Leck mich, du Person, die an der Tür steht. Leck mich, Auto. Leck mich, Kühlschrank. Oh, das ist voll das heftige Level, ey. Schulz. Oh, das ist voll das. Oh, das ist voll das. Oh, das ist voll das. Vielen Dank.